Hallo zusammen! Erinnert ihr euch noch ans Blutbad im Morgengrauen? Uuuuh, eins meiner ersten Videos. Jetzt neu in der Reihe Gemetzel am Montagabend. Ich war wieder live auf Twitch, hatte hochkarätige Gäste, Eddie Severovic und Thomas Kinbach erstmals mit dabei. Und da waren wieder ein paar richtig fiese Verteilungen. Es war wieder angemischt und es gab ordentlich auf die Glocke. Jeder hat mal ein bisschen was abbekommen. Ich am meisten. Habt ihr womöglich gesehen. Auf ein Spiel möchte ich jetzt aber nochmal nachträglich im Detail eingehen, weil das einfach schon richtig Spaß gemacht hat. Und weil ich auch davon ausgehe, so ein Spielverlauf und das am Tisch dann zu schlagen, das ist wirklich ziemlich selten. Und ja, schauen wir einfach mal in die Partie rein. Was also ist passiert? Eddie hat das Spiel in Vorhand bekommen. Tatsächlich bei Passe Passe. Thomas saß in Mittelhand. Der hatte nun wirklich nichts. Mein Ansatz kann wohl auch mal 18 wert sein. Allerdings habe ich ja schon gemerkt, dass ich nicht mit Studenten spiele und war wohl auch schon ein wenig bedient. Hab das Ding also zum Glück, muss man sagen, laufen lassen. Ich gehe davon aus, ich hätte es bei 18 bekommen, hätte den sechsten Trumpf gefunden im Kreuz und wäre dann trotzdem wahrscheinlich aus der Kurve geflogen. So ist der Cache dann zu Eddie gegangen. Der hat es genommen für 18, hat den sechsten Trumpf gefunden, hatte jetzt diese zwölf Karten. Das Ganze bei Passe Passe ja einigermaßen vielversprechend, würde ich mal sagen. Das ist schon ein Spiel, was du, denke ich, in 80% der Fälle gewinnst. Eddie hat gedrückt. Herz 10, Karo Dame, quer, ein und ein. Klassisch in der Konstellation, wo er beide Trumpfvollen hat, wo er das Pik Ass hat, dass er auf jeden Fall die Herz 10 mit in den Keller tut. Das ist schon der vierte Volle und noch ein Bild. Trotzdem behält er sich in Pik die Option zu schneiden. Wenn er den fünften Vollen irgendwo im Spielverlauf einsammelt in Karo in Herz über die Pik 10, dann ist alles geklebt. Also dann gewinnt er mit Leichtigkeit. Dass ihm Trumpfvolle abhanden kommt, ist an sich nicht zu vermuten. Also eine Drückungsvariante, bei der er zusätzlich noch für die Gegenspieler die Partie relativ schwer zu lesen ist, weil Eddie alle Farben oben hat. Also nichts richtig Spezielles, sondern an sich für dieses Blatt klassisch die beste Drückungsvariante. Und dann ging es los zum Kreuzspiel und Eddie hat eröffnet natürlich mit Trumpf. Er wusste ja noch nicht, dass es so richtig fies dagegen sitzt. Also Pik Bube raus, ja. Und Thomas hat einen Moment überlegt und hat dann natürlich noch nicht den ersten irgendwie beschwert. Das wäre ja viel zu viel. Er weiß auch noch gar nicht sicher, dass ich den Kreuzbuben habe. Also erstmal Pik 7, eine harmlose Karte. Ja, jetzt wusste Eddie, dass da 5 Trumpf dagegen stehen. Ich wusste, dass er die 6 Trumpf hat. Habe erstmal hier natürlich nicht mitgenommen, sondern die Trumpf 7 gelegt. Es gibt auch Verteilung, wo das natürlich mal wichtig ist, am Ende die 7 für einen Rückschub zu haben. Aber genauso gibt es das Motiv, dann kommt, wenn ich jetzt hier die 9 lege, um die 7 zu behalten, kommt die 8, wird geschmiert. Am Ende hat er ein Spiel, was in der Beikarte stark ist und ich verballere so relativ leicht einen Trumpfsteg. Also wir haben hier die 7 gelegt. Erstmal nichts Besonderes. Ja, jetzt geht es natürlich los. Eddie geht in den Bunker, ins Büro, wie wir so schön sagen. Und muss ich erstmal überlegen, wie er denn jetzt gegen diese Trumpfverteilung fortsetzen will. Logischerweise nicht übertrumpft. Damit gefährdet er seine vollen. Und so gesehen wäre sicher das typische Nachspiel jetzt die Herz 8 mit der gedrückten Herz 10. Das würden sehr viele Spieler so machen, in der Hoffnung, dass dann geschnippelt wird. Allerdings weiß Eddie natürlich auch, dass er hier fortgeschrittene Spieler am Tisch hat, sage ich mal. Und vielleicht genau das zu offensichtlich ist. Er greift jetzt in die Karolusche nach reiflicher Überlegung. Und ja, das sieht natürlich erstmal aus, als ob er vielleicht auch viel verrät. Es können jetzt relativ leicht 21 Augen fallen. Die Karte klärt sich. Aber dazu müsste das Blatt dann entsprechend natürlich auch schon mal so rum erstmal wieder sitzen. Und Eddie vermutet sicher schon zu Recht, dass ich, wenn ich mit diesen 5 Trumpfen im Kreuz jetzt nicht mal 18 habe, dass ich nicht so viele Asse mehr an der Seite habe. So, und so ist es auch. Thomas muss jetzt eine Entscheidung treffen und der weiß noch viel zu wenig, hat auch keinen Trumpf mehr, sitzt hinten, kann sich das aussuchen. Also jetzt das Asse zu nehmen wäre sicher sehr verwegen oder, naja, nicht die allerbeste Idee. Es ist schon ganz plausibel, dass er hier erstmal mit der 9 nimmt und sich quasi noch alle Möglichkeiten offen hält. So, ich nehme mit der 10 raus, 10 Augen. Ja, und für mich ist jetzt einfach noch nicht genug bekannt, als dass ich wirklich die beste Fortsetzung spielen würde. Mit offenen Karten käme jetzt einfach Herz Ass und danach vielleicht Pik Dame. Er kann aber für mich, Karo Ass kann er nicht haben, das ist klar. Aber er kann natürlich noch ein Drilling haben in Pik. Er kann ein Drilling haben in Herz, also mit Herz Ass kann ich ihm potenziell auch da was hochspielen. Der Abwurf Pik 7 alleine sagt vielleicht, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass der Drilling in Pik ist, aber vielleicht eher in Herz. Oder dass es eben genau diese 1-1-2 Konstellation ist schlicht. Er kann auch einen blanken Pik dann haben und 2 Herz. Also für mich immer noch auch ein bisschen unsicher, also spiele ich den Karo König erstmal zurück. Quasi mit der gleichen Begründung wie Thomas erstmal. Ich halte mir noch so ein bisschen die Möglichkeiten offen, denn ich habe das Gefühl, dass ich hier immer noch genug steuern kann mit meinen Trümpfen. Da ich auch nur einen Pik habe, würde ich hoffentlich das Herz Ass irgendwie nach Hause bringen. Also kommt erstmal Karo. Okay, Eddy hat gestochen. Hinten wurde bedient. Ja und jetzt kommt also wieder so ein Zauberzug, sag ich mal, den man wirklich sehr sehr selten sieht. Ich denke, die meisten würden jetzt die Herz Lusche rausschubsen und auch da hat Eddy sich gegen entschieden und hat quasi den nächsten Bluff gezündet, um uns genau eben eine falsche Kartenverteilung vorzugaukeln. Er zieht erst das Pik Ass. Pik Ass, Lusche, Dame. Und ging jetzt mit der Herz Lusche vom Stich. So, Thomas natürlich den Herz König. So und jetzt hatte ich erstmal den schwarzen Peter. Ja, macht schon den Eindruck, als ob Pik Blank gewesen sein könnte oder? Oder ist es genau diese Konstellation? Ich habe jedenfalls nicht rausgenommen und damit ist natürlich auch klar, dass ich jetzt im nächsten Stich, egal was kommt, das Herz Ass legen muss, denn Eddy hat nur noch 4 Trümpfe und eine Fehlkarte. Und so gesehen habe ich jetzt die schwere Entscheidung bei Thomas gelassen und ja, der hat auch insofern die schwerste Entscheidung, als er natürlich den Trumpfstand wohl schon ahnen kann, aber noch nicht so genau kennt natürlich wie ich. Ja, also so gesehen, ich glaube, man hätte ihm wenig Vorwürfe machen können, wenn er jetzt Herz zurückgespielt hätte. Das wäre wohl vielen so passiert. Für mich wäre es dann im Prinzip auch erstmal einfacher gewesen, weil es natürlich aussieht. Ja, dann lege ich das Ass und dann ja, was wäre passiert? Eddy hätte gestochen, Pik wieder rausgespielt, hätte das Spiel gewonnen, aber nicht mit Thomas. Obwohl nur noch der Pik König gefehlt hat, obwohl das Ass wirklich selbstbewusst im Spielverlauf vorgezogen wurde, als ob es blank war, hat Thomas genau diese ganze Situation überblickt und nach einiger Zeit dann die Pik 10 auf den Tisch gelegt. Ja, und ich habe jetzt sehr lange überlegt, weil es doch einfach für mich eine, ja, unangenehme Situation ist. Denn wie dämlich sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt auf die Pik 10 das Herz Ass lege, der Eddy sticht, weil er keinen Pik mehr hat und dann noch ein Herz oben hat. Deswegen kämpft da mal wieder so ein bisschen der Verstand, der sagt, hier muss jetzt das Herz Ass rein, denn anders kriegen wir es sowieso nicht nach Hause. Thomas muss die richtige Entscheidung getroffen haben versus dem Bauchgefühl, der sagt, ach du Elend, was passiert, wenn er dann 21 stechen kann und noch ein Herz in der Hand hat. Deswegen natürlich irgendwie nochmal Varianten durchgerechnet, den jetzt doch irgendwie zu stechen, aber das ist natürlich am Ende alles Blödsinn. Also habe ich mich dann entschlossen, doch das Herz Ass da durchzuladen und übrigens im Video auch zu sehen, die eine Stelle, wo Eddy mich wirklich mal aufs Glatteis führen wollte, mit so einem Spruch wie, ich sitze ja noch da hinten, ich kann es mir aussuchen, ja, ja, Pustekuchen, kannst dir aussuchen. Schön hier bedient mit dem Pik König und damit war das Spiel aber für uns immer noch nicht in trockenen Tüchern, muss man sich mal überlegen. Ich glaube, jetzt kam hier Herz 7, von mir kleingestochen, von Eddy mit der Dame übernommen und jetzt im achten Stich Karobube. Hier würden immer noch viele Spieler es schaffen, das Spiel zu versemmeln, Nervenverlust kurz vor Schluss, hier jetzt wimmeln und schon macht Eddy noch die Trumpf 10 mit dem Kreuz König auf 61. Thomas hat jetzt hier eben auch nochmal ein bisschen überlegt und ist dann nochmal untergeblieben. Ihm war schon klar, dass ich mir das noch aussuchen kann und das auch noch ein Trumpf voller unterwegs ist, ganz offensichtlich. Ja, jetzt bin ich einfach noch einmal weggeblieben und damit hatte sich das Spiel dann tatsächlich auch recht deutlich mit 67 für uns ins Ziel gesenkt. Aber wie gesagt, nur eine kleine Unschärfe hier irgendwo in der Partie und das Spiel wäre also nach Hause gegangen, gehe ich mal davon aus, dass das an vielen Tischen geklappt hätte. Vielen Dank.